Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zurück bei Starbound. Wir befinden uns immer noch in dem ehemaligen Anwesen vom Herrn Gronkel-Bananenkopf-Apfel. Und wir haben in der letzten Folge... Wir haben in der... Wir haben in der letzten Folge... Wir haben in der letzten Folge diese Wumme hier gefunden. Also ja, wir haben den Gronkel getötet. Diese Wurme? Ja, diese Wumme? Ist das auch eine Waffro oder was? Das ist nicht voll böse. Was sagt man denn sonst? Und Dennis macht gerade Live-Werbung in Currys Aufnahme. Das ist schön. Was? Und Dennis hat mir gerade auf Steam geschrieben. Liebe Grüße an den Wichser-Hilfe persönlich. Ja, er hat es mir auch gerade geschrieben. Live-Werbung... Okay. Weißt du, wenn wir das bei dem machen würden, der hätte uns am nächsten... Innerhalb von einer Minute hätte uns direkt geblockt, weißt du. Man würde nie wieder was von dem hören, aber nee. Der Dennis... Das ist serious. Der Dennis, der macht das. Das ist nicht im Serious-Hilfen. Hier ist Eisen. Ja, Grüße, ne? Ich weiß ja nicht, ob der... Der wird das eh nicht sehen, weil er unsere Scheiß-Folgen nie anschaut. Doch, doch. So lauten seine Worte. Ist ein guter Job. Äh, ist ein guter Freund. Was, 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 was? Copper. Wie Copper? Achso, ja, ja, nimm mit. Nimm mit. Ich wusste, dass das hier liegt. So ein Penner. Ja, ich leuchte erstmal alles aus hier. Wir sollten, wir sollten langsam zurückgehen. Ja, 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 ja. Wird nämlich ein bisschen risky hier. Ja, wir haben ja immer noch ein paar Quests auf. Wir müssen noch einen Ofen machen. Da müssen wir noch ein bisschen farmen. Wir müssen noch ein bisschen Rüstung bauen und so. Ja, das ist aber keine Quest. Na und? Das ist keine Quest. Und? Das müssen wir nicht machen. Lass mich. So, ich hab, ähm. Für mich ist es eine Quest. Okay. Ich nehme noch ein paar Stufen hier. Zack. 0,4 hier ist man. Zack. So. Uiuiuiui. Dann würde ich sagen, mach ich mich wieder auf den Weg zurück hier. Tschüss Ascha. Tadam, tadam, tadam. Ich arbeite hier. Ist ja was Neues für dich, Kevin. Helfen Sie mich gerade verarschen? Weißt du, was ich die ganze Zeit gemacht habe? Ja, du hast meine Pistole geklaut. Deine Pistole? Wir haben den gleichzeitig getötet. Du schuldest mir meine nächste Pistole. Nö. Gar nicht. Nee. Ja, okay, dann nicht. Du hast mich überzeugt. Okay. Aha. Okay, ich bin gerade nicht so richtig. Ich bin übrigens gerade wieder auf dem Weg nach oben. Ja, ja, ich folge dir. Ah! Was denn? Wurde gerade beschossen? Nein. Der Wahnsinn. Ich überrieße jetzt den hier. Ja! Ey, 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 stopp! Ich hab fast kein Leben mehr. Hier ist noch mehr Copper. Warte, ich muss Bandagen haben. Du musst Bandagen essen. Ich hab nur zwei Bandagen. Ich hab 20. Ja, ich hab noch nicht fertig gecraftet, deswegen. Ach, Calvin. Muss das sein. Jetzt hab ich mir ein paar gemacht. Warte, ich rüste mich gerade erst auf. Warte, Sascha. Warte, Sascha, warte. Jetzt reicht's. Ja, das ist es, weißt du? Aber weißt du was? Da kannst du selbst regeln, dein Scheiß. Alles gut. Hab ich keinen Bock mehr. Hab mich gerettet, Mann. Wo müssen wir denn lang? Wir müssen da hoch. Achso, easy. Hey, jetzt geht's auch wieder runter. Das ist doch hier hoch. Okay. Und weiter? Jetzt ist hier lang. Achso. Bist du dir sicher? Wow, das hat's jetzt vollgebracht. Hier waren wir gerade auch schon. Ja, wir müssen ja raus. Ja, sag ich ja. Aber hier waren wir gerade. Vor zwei Sekunden waren wir hier. Hä? Wir haben einfach nur einen Bogen. Doch. Jetzt sind wir hier hoch, weil du hier runtergejumpt bist. Okay. Hallo, warte doch mal. Sascha. Kommt man nicht hoch? Mann, ich wolle... Nix. Ah! Bis nach links. Oh Gott. Alter. Sascha. Nein. Hilf mir. Alter, du bist fast gestorben. Alter, du bist fast tot, Kevin. Okay, mal da hast du mal was. Du bist echt fast tot. Warte. Du kranker Bastard. Warte. Hier ist der Ausgang. Hier ist unser Haus. Okay, jetzt. Alles gut. Jetzt bin ich wieder. Ich bin voll dabei. Alles gut, unser Haus ist hier, Mann. Warte, ich trau mich. Du bist so Thüringen, glaube ich. Ich vertraue. Ich vertraue. Hö! Was zum Teufel? Lauf. Lauf, Kevin. Alter, hättest du das mal gerade gesehen. Bam, 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 bam. Weißt du, was hier gerade passiert ist? Nee. Hier ist... Was gab... Alter, ist das krass. Ich habe eine Quest angenommen bekommen, weil ich Iron Bars eingeschmolzen habe. Iron Bars, du bist viel zu schnell. Ich will auch. Hier, schmelze deine hart erarbeiteten Koppers ein. Hey, muss ich... Muss ich jetzt... Muss ich jetzt... Ach, ich muss einen Ofen machen, ne? Genau. Genau. Jetzt erstmal einen Ofen machen. Wo mache ich den? Das ist eine gute Frage. Ich kann den nicht machen. Ach so, Cabin Roofing brauche ich, muss ich wahrscheinlich dafür machen, ne? Wahrscheinlich. Ja, aber wie hast du denn deinen scheiß Ofen gemacht? Mit Steinen. Und Campfire. Ach so. Ja, dann sag das doch, dass ich dafür einen Campfire brauche. Hab ich es nicht gesagt? Wie mache ich jetzt einen Ofen? Mein Arm, probiere es nochmal mit dem Amboss. Welchen Amboss? Ne, hey, du brauchst doch auch keinen Amboss dafür. Ich habe gerade einen hingebaut, das meine ich einfach nur. Ihr sagt mir doch mal, wie man einen Ofen macht. Oh, ich brauche wahrscheinlich einen Crafting Table, ne? Okay, ich habe nichts gesagt. Alter. Cooking? Cooking, cooking? Ich habe nichts gesagt. Ich bin so doof. Ey, wir sind so die besten Leute der Welt, Mann. Ja, warum soll man das denn wissen? Ich weiß das doch gar nicht. Cooking, cooking, cooking. Okay, warte mal. Stone Furnance. Ich kann mir... Zack. Jawoll! Risotto. Ich mache mir ein Risotto, Mann. Du bist viel zu schnell, wir müssen langsamer spielen. Corncap, ich mache mir Corncap. Brot, ich mache mir Brot. Okay, ich setze mal den Ofen hier hin. Und was muss ich dann in den Ofen reinpacken? Ähm, in den Ofen? Was muss ich in den Ofen reinpacken? Äh, was hast du denn zur Auswahl? Ich weiß gerade gar nicht, was war das nochmal? So. Eisen, oder? Genau, jetzt kannst du deinen Copper und so da hineinschmelzen und so. Und so Zeug. Yeah! And stuff. Forging ahead. To make use of stronger and more available Oros, äh, I need an iron anvil. With an anvil one can prepare myself for dangers ahead. I can make one with the crafting table. Ja, geil, ey. Nice. Aber was brauche ich denn dafür jetzt? Ähm, für ein Anvil? Ja. Äh, ich guck gerade mal. Brauche ich wahrscheinlich viel, gell? Eisen brauchst du dafür. Ja, das hätte ich... Acht Iron Bars. Hast du noch was? Ne, ich hab leider überhaupt nichts mehr so plötzlich gegeben. Was soll das? Ich hab ja selber ein Anvil gerade gebaut. Oh, Mann. Wir müssen halt nochmal runter, Kevin. Okay, ich geh runter. Aber wie können wir uns denn hier so, äh, Spitzleck und sowas bauen? Ähm, ich guck mal gerade. Was sind denn die Quests? Also, wir haben einmal hier 14 Iron Anvil, okay. It's time for hold down. Brauchten wir da nicht auch irgendwas für? Time for me to obtain 20 Core Fragments. Ja, 20 Core... Was sind denn Core Fragments? Weiß ich nicht. Hm. Vogel. Hä, wie macht man sich denn so eine Ho? Na, warte. Du Pedder. Raus aus unserem Haus. Aha. Ist das ein Igel? Was war ein Igel? Okay, da muss ich nochmal runter und mir Eisen besorgen, oder was? Ja, wir müssen alle nochmal runter. Also, ich komm mit. Bist du noch wirklich nach unten? Ja. Ja, du bist so schön. Läuft einfach vor. Du kannst sterben, Kevin Mann. Ich sterbe aber nicht. Ich achte doch auf mein Leben. Sagst du jetzt mit dem Zertot. Hallo, jetzt beruhig dich doch mal. Wir sind doch hier voll die... Besten. Bros. Ja. Oh! Eichhörnchen. Ja, es ist nur ein Eichhörnchen. Einmal tauchen. Es ist ein Eichhörnchen. Ist voll ein cooles Sound jetzt, oder? Ja. Voll nice, Mann. Und das war's. Okay. Okay, Freunde. Lass uns weiter... Explorenen gehen. La, 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 la. Immer tiefer müssen wir gehen. Was? Was hast du... Was? Kann man doch mal sagen. Geld. Eisen. Ey, gib mir das. Ja, du... Du besiehst Sachen, Kevin. Ich guck jetzt rechts und du guckst links. Eisen. Ja, Sascha. Ja! Ja. Ich freu mich. Wird gern mein Dings erweitern. Welches Dings? Mein... Mein Abbaugerät. Mein Abbaugerät? Oder ein Spitzhack oder sowas. Der Gerät... Ich hab auch ein cooles Abbaugerät. Ah, la, la. Oh. Ah! Hallo! Oh, warte, 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 warte. Das ist meins. Noch mehr Eisen, genau. Baut alles schnapp. Aua. Das ist alles meins. Oh, shit. Das ist dafür meins. Meins allein, Sascha. Meins allein. Alles klar. Tschüss, Kevin. Oh, vom Stuhl weggeflogen. Okay. Was ist das denn für den Gang? Eisen. Eisen. Sascha! Eisen. 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 Ach du Scheiße. Aua. Sascha, hier müssen wir ruhig sein. Dort ist was. Wir müssen hier ruhig sein, Sascha. Hä? Hä? Was war das jetzt? Was denn? Muss das so? Nichts passiert. Ich vertraue. Ich vertraue. Lass doch hier den Weg. Ist doch einfacher. Nein. Oh Gott. Hier ist einfacher. Ich vertraue. Ich muss nur ein bisschen aufpassen. Ich vertraue nicht mehr. Alter. Ich denke, wir müssen hier auch passen. Müssen wir gar nicht. Aua. Trotzdem Schaden. Fies. Sehe hier nichts. Hui. Was ist das denn? Cobblestone. Ein bisschen Angst. Warte Sascha, ich komme. Lasst uns mal bitte zusammenbleiben. Das ist zu gefährlich. Lass uns das langsam... Boah. Boah, hatte ich gerade Angst bekommen, Alter. Ich hätte sterben können. Ey. Ey. Das brauche ich. Manipulator-Modul. Ja, das brauche ich. Ja, ich auch. Nein, du brauchst das nicht. Wir haben beide dieselbe Quest. Das ist damit unser Ding stärker ist. Nein, das brauchst du nicht. Das brauchst du nicht. Ey, was ist denn das für eine Scheiße? Warum finden wir... Mann. Ganz ehrlich, ich finde das ein bisschen scheiße, was du hier so abziehst, ne? Okay, ist immer leicht. Ich meine, wir sind hier... Wir machen hier gleich... Beide die gleiche... Wenn ich jetzt zu meinem Schiff gehe, kann ich mein Dings ausbauen. Beide die gleiche Arbeit. Ja. Und du kommst hier an mit deinem Hammer. Und denkst du, du wärst der King. Ja, ich hab dir die Pistole gegeben. Ja, weil's auch... ...gerecht war. Wow. Du verreckst hier durch Fallschaden. Lass! Mann! Du bist so ein Penner. Lass, lass es alles machen. Ja, ich muss da auch mal vorankommen. Hui! Ach, scheiße, ey. Das finde ich nicht gut. Dass ich Sachen finde, nur nicht. D-Abo. Dislike auf das Video, bitte. Okay, ich gehe mal hier runter. Hier geht's noch weiter, oder? Ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich. Wo bin ich hier? In den Tiefen der Höhle. Ja, das musst du nicht machen. Cool. Hier ist so viel Bronze, was du verpasst. In den Tiefen der Höhle. So viel Bronze, hier die. Nein, ich hab ja hier noch was. Warum verpasst du das? Ich hab ja hier noch ein bisschen. Besser gut. So. Das ist jetzt irgendwie so ein Psylophon. Wie ich das alles bekomme? Wie ich das alles bekomme? Wie ich das alles bekomme? Ernsthaft? Nein, ich hab auch was bekommen. Ja, ja. Hier, kannst du ein bisschen von meinem Wasser haben. Ja, toll. Wasser. Das ist dein Arschwasser da, weil es der letzte abfließen, ey. Ist wirklich so. Ist wirklich so, sagt er. Was ist das denn? Man darf nicht lügen. Lol. Das ist meins. Es ist noch überhaupt nichts passiert. Das ist meins. Ja, Sascha. Das ist eine Truhe, ne? Ja, ich will ja nichts sagen, aber der King. Ey, Sascha. Ist das gerade dein Ernst? Nimm dir die Sachen. Das ist alles meins. Ich hab hier nach unten gepoltert. Lass mich. Polter, polter. Sascha. Jo, chill mal dein Leben mal. Hier ist genug für uns alle da. Weißt du, du teilst nie mit mir. Lass mich, Mann. Das ist meins. Das ist meins. Bitte schneid mal alle Stellen zusammen, wo Kevin gesagt hat, lass es, Mann. Das ist meins. Oder du brauchst das doch gar nicht. Richtig abhängig. Das ist doch nur die Wahrheit. Die Wahrheit ist nichts als die Wahrheit. Da oben ist noch mehr Bronze. Das ist echt nice. Das ist immer ein Gefühl, wo man echt ein bisschen farmen kann. Guck mal, hier ist wieder das Smiley Boy. Ah! Sascha. Kevin, du stirbst wieder. Sascha. Bist wieder gejagt. Boah, das ist Teamarbeit, weißt du? Du bist gerade fast gestorben. Ja, ich hab den ja zu uns gelockt. Ich will erst mal eine Bandage essen, wenn ich du wäre. Wenn jetzt irgendein Affe kommt, bist du sofort tot. Ich habe keine. Ich habe keine. Doch, ich habe noch Fackeln. Ne, du brauchst Bandagen. Ja, Bandagen habe ich auch. Hier, zack. Ja, friss, friss. Ich fresse. Aua. So. Immer schnappen auf neue Sachen. Eisen. Alles hier. Komm, da ist voll viel Eisen. Ja, da komme ich ja noch zurück. Da bin ich dabei. Ich habe mir die Arbeit nur aufgehalten. Ah! Was ist denn das für eine Scheiße, Mann? So krass stinke ich jetzt auch wieder nicht. Voll gut. Voll gut, weißt du? Voll die Partner. Der lacht sich erst mal Schrott. Ist so. Ist echt ein bisschen lustig. Aber, na gut. Na gut, gerne. Ist nur ein Wichser. Wenn man keinen Spaß versteht. Ach so. Na dann. Du bist Traitor. Ich bin Traitor. Oh mein Gott. Ich will ja nichts sagen. Wieder was Zeugs gefunden, ne? Was ist das denn hier? Sascha. Tschüss. Oh mein Gott. War das knapp oder darf ich hinterher springen? Das kannst du machen. Weißt du, wie ich mich gerade erschrocken habe? Kommt ihr da angedüst? Ich weiß, wie ich mich gerade erschrocken habe. Alter, das ist jetzt... Ich dachte, das war es jetzt. Ich dachte, mein Leben ist jetzt vorbei. Ich wollte nur gucken, was du machst. Das war mit meinem Leben abgerechnet. Ich wollte nur gucken, was du machst. Alter, drei Drohnen. Drei Drohnen. Was? Immer ein kleines Späßchen am Rande. Guck mal, hier wohnt ein Sportler. Hier wohnt Hazard. Was? Hier steht ein Schild, da steht Hazard. Ist das nicht radioaktiv? Junge, bist du... Ey, was denn? Was ist denn? War da was drin? Vielleicht. Was war da drin? Geld. Sag mal. Ja, wirklich. War da Geld drin? 90 Pixel. Geil. Okay, dann gehen wir weiter runter, ja? Nein, dann kannst du... Spring. Alter. Ah, meins. Also wir merken, wir müssen uns merken, wenn wir kein Boot mehr sehen, dann sollten wir eigentlich nicht mehr springen. Das ist nie wirklich gut gegangen. Wir sind jetzt schon drei oder vier Mal ein Sprung. Was ist hier? Was ist hier? Oh mein Gott. Guck mal, Sascha. Warte, warte auf mich. Ich muss hier, ich muss, ich muss mich hier durch... Luft, 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 Luft. Ich schaff das, ich schaff das, Sascha. Ich schaff es. Ja, ich schaff es, Sascha. Ich schaff es. Das ist ziemlich ungeil. Warte, Sascha. Ey, warte mal. Ah! Nicht, nicht, nicht. Ich bin safe. Was da drin? Nix. Junge, sag doch zumindest, was da drin ist. Alter, ich ersaufe. Komm hoch, geh hoch, geh hoch, geh hoch. Ja, ganz easy, Mann. Ich warte einfach ab. Du bist fast tot, du bist fast tot, du bist fast tot, Kevin. Hey, ich habe noch Luft. Ach, guck mal, ich hier raus. Guck mal. Nein. Die Luft wird enden. Ich habe gerade vor dem Leben tot gekämpft. Du hörst mich aus. Wie wir einfach mal das Ding hier unter... Vor allem, das ist voll unlogisch. Wie du einfach ohne Rücksicht auf Verlust einfach da reingejumpft gehst. Hörst du nach in die Truhe bekommen? Ich habe die erst mal gar nicht gesehen. Ich weiß nicht, unlogisch. Das ist eigentlich, dass wir das Wasser jetzt voll unter Strom stehen. Das wäre voll geil. Nee, man war aber tot. So, ich... Einfach da reingejumpft. War wieder mein Leben voll. Voll so, oh, es gibt was zu loben. Kein Lungen, sich auf Verluste. Ich jumpte einfach da rein. Scheiß drauf. So, ich bin jetzt weg hier. Tschüss. Nein, Sascha, soll ich dir nicht zeigen, was ich bekommen habe? Ja. Warte. Kriege ich da meine Pistole wieder? Ich muss erst gucken, was das ist. Komm mal raus hier. Das ist gar nicht mal so cool. Zeig. Beweis das. Lol. Okay, weiß ich. Was war das? Ich baue mich einfach zu dir. Was denn? Was war das? Hey, was war was? Zeig das gerade. Hey, ich muss mich erst mal zu dir bauen. Zeig her. Jetzt warte mal kurz. Ich muss mich erst mal zu dir bauen, dann will ich was machen. Darf gar nicht schieben. Ach, ist ja, aber echt kompliziert da unten. Ja, ich bin nicht so fett, äh, jetzt so dünn. So, warte. Pass auf. Okay. Soll ich hier es demonstriere? Wenn ich jetzt irgendwie sterbe, Alter. Was ist das? Junge. Aber es macht halt nicht viel Schaden. Kann ich das aufpäppeln? Kann ich das aufpäppeln? Kann ich das aufrüsten? Ja, aber ich gucke keine Uhr, oder was? Oh, Alter. Aber ich dachte, ich könnte das mit Sachen abbauen, aber, ja, aber nicht wirklich. Da warte so ein Tier. Junge, warte doch mal. Ich will Licht haben. Du stirbst nachher wieder. Okay. Also ich habe volles Leben, da kann eigentlich gar nichts passieren. Ja, ich habe zwar so ein Spiel, ich habe auch gewonnen. Ah. Sascha. Du bist wieder schon zehn Meter vorgelaufen. Nein, ich bin gar nicht so weit vorne. Ich bin gar nicht so weit vorne. Okay. Ich vertraue. Nein. Doch. Kevin. Pass mal, guck doch mal. Wo bist du ablang gegangen? Hier unten. Ja. Da ist so ein Gang. Hier oben ist so viel Eis. Das ist alles mit dem, Alter. Ja, ich komme ja nochmal zurück drauf. Das ist so eine schlechte Ausrede. Nein, ich schwöre, ich nehme das mit. Ich will halt immer nur erforschen und wenn es dann nicht weiter geht, dann gehen wir wieder zurück und bauen alles ab. Oder ich. Hier oben ist ein Grab. Alter. Was ist da drin? Hier ist eine Truhe. Tobi, bist du es? Jetzt weiß ich, jetzt weiß man auch, jetzt wissen wir auch, warum Starbound von den beiden nie wieder kam. Warum denn? Der Gong ist irgendwann verrückt geworden, hat den Tobi gekillt, da wo der, wo der, wo der, wo der das Grab jetzt gefunden hat. Wahrscheinlich. Hatte dann, hatte dann so ein Scheißgewissen, der wollte einfach nicht mehr damit leben, hat sich dann unten eingeschlossen. Bis dann jemand kommt und ihn erlöst, weißt du? Das kann gut sein. Das haben wir gerade gemacht. Also Leute, ihr wisst Bescheid. Alles klar. So, ich vertraue. Okay, alles gut. LOL. Hier ist ein riesiger Grabstart. Wie geil war das denn jetzt? Wenn du das jetzt sehen könntest. Weißt du, was ich gerade gesehen habe? Ich heiße Kevin und bin vorgelaufen. Weißt du, was ich gerade gesehen habe? Ne. Hier kam, hier kennst du diese Pop-Ups, die Dinger, ne? Die sehen aus wie so viele Kühlschränke. Die haben, die haben es gedreht, ne? Ja. Und da habe ich so drauf gedrückt und dann hat der Co, also der hat, der hat, der hat Bronze geschossen. LOL. Der hat so, das sah aus wie Bomben, die sind dann explodiert und da, jetzt sind, jetzt sind die überall auf dem Boden so Bronze-Ohrs. War cool. Das ist cool, ne? Das ist stark, Kevin. Kann man noch, schau mal, kann man... Hast was erreicht? Ja. In Starbund. So, ich komme jetzt wieder zu dir. Ich habe nämlich oben das, was du nicht erforscht hast, hat mich jetzt erforscht. Ja, das ist gut. Siehst du, wenn wir uns aufteilen, das kann man machen. Einmal ist es wieder. So, wo geht es jetzt hier hin? Einmal. Ja, ja, Kevin. Ich weiß nicht, wo es hier hingeht, aber... Ich habe es runtergesprochen. Ich bin da. Achso. Hm. Wie er alles liegen gelassen hat. Nein, ich gucke doch. Was habe ich... Ich kann dir das doch jetzt nicht tausendmal erklären. Ja, wo kommst du denn angeschissen? Nein. Man soll es aber nach oben erforschen. Äh! Warte, hilf mir. Verpiss dich, ich bin weg. Tschüss. Ui, ui. Null. Was? Was ist da? Ne, hier ist nichts, Kevin. Hey, was hast du da gerade gefunden? Das ist nicht... Das ist meins. Sascha! Hör auf! Nein! Junge! Oh mein Gott! Okay, ich würde sagen, wir erkunden das in der nächsten Folge. Okay, das sieht ziemlich cool aus. Geil, Alter. Sascha, wir erkunden das gleich. Angst. Gut, dann sage ich mal, bis zum nächsten Mal. Hier ist noch viel Spaß. Ah, da sind noch Sachen in der Truhe drin. Ja. In Sachen in der Truhe drin. Achso. Ja, egal. Kein Problem. Wir erkunden das, ja? Okay, wir erkunden das. Nächste Folge erkunden wir das. Alles klar, viel Spaß, Freunde. Schönen Abend noch. Tschüss. Tschüss. Nächste Folge ergucken. Komm, ich muss erforschen.